Hallihallo meine Freunde und Willkommen zurück zu Top Rider! Alle Geheimnisse! So, wir müssen jetzt mal noch was suchen. Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Und dann gehen wir hier lang. Weil mir fehlt noch ein Geheimnis, Leute. Wo hatten wir das denn? Hier gehen wir komplett zurück, ne? Ja, hier sind wir hier oben. Oh, da war's. Okay. Ach, die sind ja auch gleich wieder mit mehreren. Er läuft ja. Könntest du jetzt mal sterben? Ach, der hat auf beide geschossen, die Hohlbirne. Na, da haben wir noch einen Medipack. Das nehmen wir natürlich dankend mit, ne? Wenn wir schon ein großes nehmen mussten. So. Äh, ne? Da. Wir sind eiskalt dran vorbeigesprungen. Wir sind eiskalt dran vorbeigesprungen. So, dann haben wir jetzt alle Geheimnisse. Jetzt müssen wir da hoch wieder. Dann können wir da hoch wieder. Da, 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 da. Da, 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 da. So, hopst. Hopst. So, hops, 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 und hops. So, da können wir einen Schlüssel reinschmeißen. Ja, Lull. So, hier haben wir dann auch Darts Level komplett mit allen Geheimnissen. Ist zwar jetzt diesmal eine kurze Folge, aber besser wie keine Folge. Auf jeden Fall hören wir uns in dem nächsten Level von Tomboyler 1. Alle Geheimnisse wieder. Bis dann.